Hallo Leute, eine Runde Minecraft Hunger Games, nein, wir spielen eine Runde Minecraft Hunger Games auf Arena 3, auf das war von Rennschetzel Minecraft. Und joa, Leute, würde ich mal sagen, warten wir mal bis das ganze startet und dann, und dann beginnen wir auch schon mal, so. Hagi, vote. Game already starting. Gucken wir mal, 80% ist mal ein Pettifisch runtergedahren, yeah. Yeah, 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 so. Hä, was geht mit ihm? Cheater! Willhelm! Oh mein Gott. Hä? Picturecraft, Max. Tom Peters. Na groß. Oh, ist es bei uns im Game. Ja. Don't let me go. Ah. Don't let me go. Jona. Was macht denn der in der Mitte? Unfair. Die Geldkassette. Aiu, au, 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 au. Ja, okay. Hey, wie bist du da hin? Ich mache Team, aber nur mit TS. Ah. De, 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 de. Ah. Heb. Ja, Leute. Die sind 24 drin, hä? So. Fail. Wahrscheinlich direkt hier hochlaufen sollen. So. Schauen wir uns nämlich direkt mal an die Kiste hier oben, die dann gleich kommt. Mann. Was ist jetzt los? Wie, da ist nichts drin? Oh. Mann. Ey. Erstmal lege ich da so unten, ey. Und dann kriege ich hier oben keine Kiste. Was soll denn das? Beziehungsweise. Ist da nichts drin, hä? Oh. Pils. Dann ist ein Tempel. So. 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 Hoffen wir mal, dass da, dass da. Hm. Da kann ich jetzt immer noch hingehen. Ich glaube auch schon, dass da einer war. Darum gehe ich mal hier lang. So. Obwohl, es geht auch da lang. Das ist nämlich eine Kiste. Natürlich ist die schon leer. Mann. Das regt mich mal auf. So etwas. So ein Bullshit. Naja. Einfach genug rumheulen, dann kriege ich wieder Kisten. Ich kriege keine Kisten. Niemals kriege ich Kisten. Und ja. Einfach kein Glück. Einfach ist das. Jetzt hätte ich mir auch schon fast denken können, dass hier leer ist. Nein. Shit. 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 Ja, sowas regt mich dann nochmal selber auf. Weil ich es einfach besser machen hätte können. Ja, sowas regt mich dann. Nichts. Hier ist nichts. So, wir müssen sparsam mit unserem Leben umgehen So, uns verrecken wir gleich Wollen wir das? Nein So, gehen wir mal hier lang So, da kommt man also auch raus Mist, Mist, Mist Ein scheiß Anfang, Leute Ist einfach so Ich kann es gar nicht oft genug sagen Mano Ja, Regen könnte auch mal aufhören So Aha Ein Baumhaus Oder ein Haus einfach nur Hier war ich schon mal Ja, ich kann es gar nicht Ja, ich kann es gar nicht Vielleicht in der zweiten Etage Aber nein Da ist auch nichts Außer eine Leiter Oh mein Gott, ein Helm Na, scheiße Wir finden eine Kiste Und dann finden wir einen Helm Oh mein Gott Finde ich scheiße so etwas Geht gar nicht Warte Äh Ich kann ja mal hier irgendwie Geht das? Et Kiste Hat ja keiner gesehen Bin ich ein böder Mensch Also ob ich mir jetzt immer die Koordinaten aufschreibe Oder jetzt dann Raypoint-Sätze Ist für mich eigentlich egal Aber naja Gehen wir mal in die kaputte Verlassene alte Mühle Wieso ist da wieder nichts drin? Man Wie überlebt man wieder nur Weil uns keiner killt? Hmm Eiz, eiz, eiz Oh mein Gott, Leute Puh Das war wirklich sehr geil Hatte ich mal wieder Schweineglück Aber naja Ist ja auch fort egal Jetzt hat man die Schüsselt Jetzt müssen wir noch Pilze suchen Da gibt es hier sogar eine kleine Ecke Wo ziemlich viele Pilze sind So Da ist ein Pilz Da ist ein Mensch Ne, ich mach den Waypoint mal weg Das ist mir nix Da mach ich zumindest noch auf Heißt, er wird mir nicht mehr angezeigt Was auf geht zu regnen Ja Fressi, 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 fressi Und da ist ein großer Wasserfall Irgendwas Ich glaube ich geh nochmal hoch Beziehungsweise rein Und gucke mal Ob da etwas Brauchbares zu finden ist Vorher nehme ich mal noch den Pilz mit So Da ist noch ein Pilz Ich hab ihn gesehen Ein Silberschwert wäre auch mal nicht schlecht Ich gehe schon den ganzen Weg allein Umsonst nach oben Dann ist ja nix Mann Leute Seid doch mal ehrlich Ein Silberschwert hättest du auch getan, oder? Ja Ja, ja, meine Rüstung Dann lauf ich mal durch das Land Ich finde einen Geheimtunnel Ich bin Gladbach-Fan Ja, da Leute Ich bin Gladbach-Fan Aha, hier muss man sich auch merken Hier ist ein Recht cooles Versteck Ne? Klappbach ist geil, wahr? Ja, du aber nicht Ich würde lieber zu FC Bayern gehen, ja Meine Musik ist ausgegangen Ja, Leute Meine Musik ist ausgegangen Das heißt, ich mache Ich mache die Musik wieder neu an Ein Moment bitte, Leute Oh mein Gott Das ist die Steinplatte ist meine Musik angegangen Falls ihr es nicht mehr bemerkt habt Das war der Auslöser für die Musik, ja Ganz genau Team Ja, hier wollte ich eigentlich ursprünglich raus Kommen Aber naja Was soll's Ist ja auch scheißegal, Mann Da hat er Interessiert er hier gar Ich interessiert gar kein Was hier labern, ne Nee, nee, nee Kiste Das ist eine schöne Musik Das ist eine schöne Musik Ich dachte schon gerade, ich wäre nirgends reingefallen. Hey, ist noch alles da. Oh, fünf Leute noch? Bitte, 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 bitte. Was ist das denn da oben? Wir haben wieder ein neues zu entdecken, also ich kenne zwar einige Kisten, aber ich kenne die Map nicht auswendig. Da ist ja gar nichts. Wieso geht es da auf einmal raus, verstehe ich nicht. Hm. Hä, über mich oder was? Was ist das denn da oben? Wie geht's das denn da oben? Wie geht's das denn da oben? Mit mir ist es euch zu Fauchler. juCK el Islam?! Um oh, Absolutely! Nein! Ja. Coil. Ich weiß nicht, aber ich glaube sogar, dass das Ding jetzt besser ist. Ähm... Was ist der hinter mir her? Oh mein Gott, Diamant, Diamant, Diamant! Ich weiß nicht, was ich war nicht, oder? Mann Was soll das? Mann Geht mir auf die Nerven so scheiß Blitz Ey jedes Mal wenn Blitz kommt gucke ich nicht genau irgendwie in die Richtung Geht mir auf die Nerven so scheiß Blitz Geht mir auf die Nerven so scheiß Blitz Geht mir auf die Nerven so scheiß Blitz Geht mir auf die Nerven so So Hören wir mal stehen gucken ob wir irgendwie irgendwo was finden Ähm ja Da So 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 Das war's für heute. 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 Oh my God. Das war's für heute.